ARD Text im Auftrag von Funk Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest Und äh ja, in der letzten Folge wurden uns ein paar Drying Racks entführt Ah, nein, er mich spürt Danke Ich find das super, dass man die irgendwo, in die, in die, äh, irgendwo uns irgendwo stecken kann So, hier sollten wir dann, was ist das denn? Kann man nicht kaputt machen So, warte, lass mich mal gerade, äh, Drying Racks aufbauen Ja, lass mich mal gerade bauen Wir müssen das jetzt, äh, geplant aufhängen Wir fangen hier mal an, weil hier muss ja noch ein Haus irgendwo hin Ich stell mal hier eins hin Kannst du das mal gerade aufbauen? Kannst du das mal gerade aufbauen, ja? Ne, die hätte ich auf die andere Seite gepackt Auf die hier? Nein, 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 hier links Links Hier, links Dann kommt hier nämlich das Haus hin Okay Weil dann kommt, weißt du dann, ich überleg mir das gerade, wir machen hier jetzt dann Das Haus hoch und machen dann hier so ne Treppe runter Okay, ja Dann baue ich mal hier so zwei, drei hin, ja? Ja, ja, mach ruhig Hier, ich geb dir schon mal einen Panzer Ich hab auch noch einen Panzer Ich hab auch noch einen Panzer Ich hab auch noch einen Panzer Ach genau, wir haben hier jetzt Stöcke dabei Ja Ah, die sind jetzt aber alle leer Ja So, dann hier kannst du schon mal dein Fleisch aufhängen Ich glaub, ich hab keine Rolle Du hast doch gerade, du störst doch gerade Schildkröten Ja, aber die hab ich nicht, ähm Das ist nicht mitgenommen, oder was? Noch nicht, ne Okay, dann hängen wir jetzt drüben alles ab und hängen das erstmal hier auf Das ist ne gute Idee Okay Und dann kannst du, dann holst du schnell Stöcke Ich sammle schon mal Fleisch Dann machen wir das gleiche andersrum Und dann nimmst du da auch die Schildkröten mit? Ja Also ich kann nur eine mitnehmen Dann machst du ein Festleg eventuell gegen das Schiff Ja, ich seh nix nach hinten Du hast das Schiff ein bisschen streif Ich kann nur, ich kann nur in eine Richtung gucken Das ist bisschen doof gemacht, ich kann da hinten rum nix sehen Ich bin verloren gegangen Da ist ein Hai Da ist ein Hai Ja, bleib stehen Wo ist ein Hai? Hier rechts ist ein Hai Was? Ein Hai? Ein Hai, da Töte ihn, los Ich habe mich gerade zwischen das Holz gebackt So, wir haben uns jetzt gerade überlegt Nein, ich bin draußen, warte mal Wie schaffen wir das, die Katze zeigt? Ernsthaft Oli, warte mal Ich bin in der Hand Achso, okay Dann war es nicht ganz so schlimm Opa, der Hai, der war schon Wir sind nämlich da Okay, die Schildkröten sind dann da weg Wir holen nämlich das ganze Fleisch jetzt schon mal darüber Ich habe aber noch einen Schildkrötenpanzer bekommen Wir haben schon mal Drainrecks und Schildkrötenpanzer aufgestellt Ich kann kein Fleisch mehr tragen Nehmen wir mal noch Echsen mit Das heißt wir müssen auch Holz mitnehmen So, das heißt ich gehe jetzt ein bisschen Stöcke sammeln Ja Eins esse ich mal Ich kann kein Fleisch mehr tragen, genau, ich esse auch erstmal eins Ich habe noch genug Platz Okay, jetzt sind die jetzt alle Drainrecks Es hat leider nicht geregnet, die Schildkrötenpanzer hier sind alle leer Kann man die nochmal abbauen? Du kannst die kaputt machen, aber ich glaube dann gehen auch die Schildkrötenpanzer weg Doch, doch, doch Nein, 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 nein Hier liegt er Kann ich ihn aufheben? Wie, ich kann den nicht aufheben? Oh, das finde ich ja doof Hast du vielleicht eine Militar? Ne, bei mir ist auch hier keiner Das ist wahrscheinlich ein Bug Hier liegen noch gefühlt noch so 10 Baumstäbe mindestens Ja Nicht immer nur weghauen, aufsammeln Ähm Hat, hat, kann einer gerade mal Hat jemand noch Wasser im Winter? Fuck Nein Nein Dann gehe ich mal gerade noch einen Eimer voll machen So, ein paar Stöcke sag Ich finde das schön, dass wir hier so eine Art Umzug machen Ja, ne? Wir machen den Umzugswagen voll Der ist leider nicht so groß, da müssen wir ein paar Mal fahren Selbst trotz niedriger Umstände und eingeborene Invasion Und wir transportieren ihre Sachen sicher zum Zielort Ha, wir sind für die da Provincial Immer da Immer da Immer da Provincial Wir können keine Holzstämme mehr mitnehmen Aufhören, Holzstämme zu hacken Ja, keine Holzstämme Ich sag's ja nur Obwohl wir müssten doch da eigentlich noch was draufpacken können Sorry Ich hab mal wieder 20, äh, äh, Stöcke Stöcke Ich gleich auch Äh, ich, ich weiß gar nicht wie man diese Tasche macht Ähm, ich glaub aus Rehleder Hab ich nicht Ja, mit irgendeinem Leder Oder ihr wart ja eben jagen Ne, Hasenfell Hab ich auch nicht, ihr wart ja jagen Du brauchst nur ein einziges Äh, ich hab noch ein Hasenfell Na, gib ihm das mal, weil du brauchst nur eins und bisschen Kann man ja Ja Tuch und, äh, also es ist nicht so teuer Was Tuch und Seil glaub ich brauchst du noch Bitteschön Ihr habt übrigens, da hinten ist Besuch Bitteschön Ein einzelner So, dann Stoff dazu und was noch? Von Stockbeutel brauch ich nochmal, genau, drei Stoff Und ein Seil Das hast du ja So, warte, ich wollte Ne, zwei Seile Ja Ja Du bist mutig Wieso? Ey, guck mal, da hat sich Schade, da hat sich gerade schön den Stein versteckt So, dann kann ich jetzt wieder noch mehr Stöcke mitnehmen Ach, leh doch hier denn drücken Ist sehr clever Das machst du doch sicher zweimal So, ich hab wieder 20 Stöcke Sehr gut Kollege Kollege Da ist einer Ja In den, ins Arschloch Ich stech dir ins zweites, drittes, viertes Arschloch Was für ein Arschloch, oder? Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö rechts jetzt was er hat umgedreht da haben wir am strand dahinten müssen ach so ich wollte eigentlich auch noch einen topf ich bräuchte mich ein bisschen gut ich bin voll was du hast so wenig baumharz machen wir mehr mit bäumen hier ich hab eben richtig viele bäume gehackt aber ich krieg irgendwie immer so wenig baumharz ich hab noch 53 Stück ich hab 3 53 53?! ja also ich glaub du hackst keine mehr wir brauchen auch mal baumharz was nur weil ich ein guter baumharz bin und 30 teile zerhaue was kann ich dafür so wir sind aber bei uns voll ne das schiff ist voll wir fahren rüber gut ach so ich wollte noch was trinken ah fuck mhm im zweifel machen wir gleich mal ne reise zu unserem grünen haus und und oder ne gelden haus wie du im Wasser immer noch am brennen bist naja und äh holen uns da mal ich hab da auch ein bisschen fleisch noch reingepackt aufs feuer hä? ja das muss ja gleich fertig sein ich möchte dich gerne essen ja und mach du hä wir haben doch genug fleisch hier aufgang gehabt ja aber das war kleines fleisch das kann man nicht aufhängen ach so olli ich würde gerne mit rüber kommen ach so ich dachte hier weit drauf nee ney 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 oh da hör ich an ja ich schwirr mir jetzt hier rüber sonst kriegen wir gleich die Suche wir sind drauf haaa 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 3 Ritt durchs Feuer komm schade ach ja der Olli ist übrigens bei der Marine ja die sind für die Infanterie der Käpt'n oder Admiral ne Käpt'n der hat ja nur ein Schiff richtig vielleicht braucht er ein zweites damit er Admiral wird äh Daniel können wir bitte mal aus dem Weg gehen also du kannst den gerne im Inventar rumdümpeln aber bitte nicht vor meiner Namen so und zwar hab ich Daniel eben schon erzählt was jetzt der Plan war oder was ich ganz ja überlegt hatte was ich ganz nett finde wir haben jetzt hier links und rechts Verpflegung und wenn wir jetzt da ein großes Haus bauen dass wir vielleicht hier so eine Treppe doch hoch machen weißt du dass hier unten das bleibt und dann setzen wir das Haus die erste Plattform so auf diese Höhe setzt die mal dahin das sieht sicher geil aus ich setz mal gerade eine hin ich kann das ja gerade mal planen das kann ich ja mal ja Daniel da hinten ist ein ganzer Wald so jetzt ist ein eigener Boden das müsste ja das hier sein zum Schlafen setze ich uns aber jetzt mal als Bauding hier so ein Baumdamm also so ein Baumhaus also also dieses Anfängerhützchen ne wir können auf dem Schiff schlafen bis wir bei den Fächern da können wir auch speichern ach ja stimmt ja 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 also zum Beispiel würde ich jetzt ich sag mal das hier so hinsetzen genau über diese Spitze ja genau dann haben wir hier den Boden kostet das? 19 Uhr ähm warte mal können wir jetzt schon bauen oder blockiert das beim anbauen warte mal ich will gerade mal gucken ob das überhaupt geht ich kann jetzt glaube ich die Treppe gar nicht da dran setzen oder ich kann die Treppe noch nicht da dran setzen dann können wir alternativ was ich auch cool fände wir lassen hier das Loch und setzen hier einen Aufzug dran oh ja aber du kannst ja einfach hier eine Plattform drumrum jetzt bauen und den Aufzug in die Mitte reinsetzen und vorher aussägen das geht das geht? bau einfach hier so eine Plattform die nachher als Grundlage unseres Boden wird unseres Hauses wird so große ne ich meine wir sind zu dritt wir brauchen viel Platz ja warte dann mach ich die hier nochmal weg ich meine mit dem Bootshaus ist ideal wir können mal flüchten selbst wenn wir da so einen riesen Horde haben werden wir halt belagert aber hey mutfalls essen wir uns gegenseitig was? bitte? bitte! ach ich kann die jetzt ich muss die jetzt wirklich alle einzeln da setzen ich kann die nicht aneinander rein finde ich ja doof oder wie macht man das? warte mal hast du eine Foundation gebaut oder einen Boden? ich habe eine Plattform gebaut also Foundation ja ne die kann ich nur einzeln setzen probier mal dass wir die eine fertig bauen und dann gucken ob wir da einfach dran setzen können warte mal warte mal warte mal oder muss ich doch was anderes machen oder kannst du die ziehen dass du mehrere Teile auf einmal hast? ja das hatte ich ja vor hast du ne Plattform? ja das habe ich jetzt fünfmal schon gesagt Dani ist mir wieder seinem eigenen bei Storm eigenes Fundament ich glaube wir müssten ein Fundament bauen oder? äh ja gehen wir auf eigenes Fundament wo ist das? das ist auf der Seite davor bei eigenes bauen geht das auch in der Höhe? ich habe das noch nicht getestet äh ja das geht auch in der Höhe eigenes, ach da ist eigenes Fundament aaaaah okay das muss ich erst machen und da können wir die Platten dann draufsetzen genau ich kann aber da auf den eigenen Boden draufsetzen ja dann mache ich das Mensch es ist dunkel weißt du was ich geil fände? nachher so ein riesen Lagerfeuer ist total Verschwendung aber es sieht auch geil aus ja finde ich können wir hier können wir es machen hier kommen sie glaube ich ich habe euch mal ein bisschen Musik gemacht ich überlege mich dass ich jetzt baue weil dann haben wir hier genug Licht zum bauen so jetzt kann ich hier nämlich ein Fundament ziehen ähm wo bist du gerade? ich sehe nichts mehr ich baue das lieber bei Tag sonst haue ich es noch auf die falsche Dinge hin Daniel das ist schon cool mit deiner Fackel warum? nee das ist echt gut Olli siehst du überhaupt noch irgendwas? nö ich mach das mit dem Hellen ich sehe nichts mehr warte hier ich könnte den Fackelträger aber ich mach's mit dem Hellen ich mach's mit dem Hellen wir gehen jetzt erstmal schlafen die Leuchtnode in so einem General äh aaaaah so gut dass wir das hier nicht anzünden oh was? ich glaube dein Ding ist weg oder hast du es weggenommen? das habe ich mitgenommen ah ok ich dachte gerade das wäre jetzt ich wollte nicht dass es hier hängen bleibt ich dachte das wäre jetzt äh verschwunden nee 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 da habe ich ganz schnell gedrückt man sieht das Schiffbord nicht mehr das ist schon krass nee ich sehe vor allen Dingen eh nix weil wir jetzt gerade rückwärts fahren ihr müsst mich ein bisschen ich sehe nix ihr müsst mich einweisen wir sehen auch nichts es ist eine Stucke sie meinte ja da hinten so ein Jagdunterstand mit weiß ich nicht vier Holz und wir haben dieses ganze hin und hin ich fahre nicht mehr wir sind jetzt schon wieder am Strand wir müssen da weg ok so weil jetzt in Ordnung wir sicher also müssen das ist da rechts da doch doch da ist da dann lass uns grad mal hinstimmen bisschen weiter rechts ich sehe nix du musst mir was sagen du bist grad irgendwo äh ja dreh äh bleib mal so aber ein bisschen weiter rechts dreh nach rechts bleib mal stehen stopp 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 nach rechts ein drehen jetzt nach hinten wieder und stopp stopp ich wäre dafür dass wir echt da nen Unterstand bauen weil dann muss er nicht hier rüber oder Oli dreht nach vorne einmal bitte noch ein bisschen weiter rein damit auch alle schlafen können ich konnte doch von hinten schon dran denk doch mal an Oli der hinten steht Gute Nacht Gute Nacht Oh, Hunger Ja, Hunger, Durst Es muss mal wieder regnen Ich hab nur noch sieben sodass jetzt Kann man eigentlich auch seinen Wasserschlauch mit dem Wasser aus den Töpfen füllen? Das glaub weiß ich ehrlich gesagt nicht Gar nicht, ich hab grad irgendjemand von euch Fleisch genommen Ja, aber hast du mir weggenommen Ja, aber hast du mir weggenommen Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Ich hatt's in der Hand Geil Da ist was Da ist was Da ist was Äh Mach mal, ich mach mal mein Feuer aus So, ich bräuchte es bald ja schon wieder zu trinken Ich hab nach Soda geschlürft Ja gut, aber Soda ist nur so ne Notlösung Ja, aber Hängen wir irgendwo fest? Ne, wir hingen grad am Boot fest, glaub ich Okay Also das Gute ist glaub ich dieses Boot Dieses Boot hier ist sehr robust Also ich kann auch nicht reparieren Also ich glaube das geht so schnell nicht kaputt Ja, sagten sie und ging unter Okay, ich hätte es nicht sagen sollen, aber So, ich baue jetzt aber mal was nicht viel kostet Da stand da, falls sie bis in der Nacht hier Man kieren Ich Aua Daniel, was machst du mit dem Schiff? Ich hab grad Schaden bekommen Ja, du bist irgendwie mit dem Schiff Der ist jetzt quasi in meinem Fundament Da wollte ich das eigentlich noch rüberziehen Achso, ähm Da baue ich grad zu Ende über den Sonst warte, sonst muss ich das so machen, dann äh Ist der platziert, bleibt der halt jetzt frei Seht ihr das eigentlich schon, ja, ne? Nein, nein, erst wenn du es beschädigst Was, ne? Und Daniel könnte das Ding mal fertig bauen Ich dachte, ich wollte jetzt aber warten, bis der Oli fertig ist Ja, aber, damit können wir testen, ob so geht Sonst können wir es halt wegreißen, wenn es gar nicht geht Ich hab ein neues Ziel entdeckt, meine Güte, was lerne ich die ganze Zeit noch Holy moly Ah, das ist okay Das kostet nur 202 Holz Los geht's Ja, passt das so? Ist das okay so? Sicher Also vielleicht eine zweite Etage nachher, aber ist okay Ja, gut, ne, aber So würde es jetzt halt auch sehen Kannst du da schon eine Treppe dran bauen eigentlich? Ja, da kommt ein Aufzug drauf Da kommt ein Aufzug hin Ah, okay Ja, das geht auch Und ich kann mal gucken, ob ich den schon mal da hin platzieren könnte Das können wir machen Ne Warte, den könnte ich hier unten hinsetzen Hä, das macht ja keinen Sinn Doch, hier kann ich den schon hin platzieren Ja Der wär hier auf jeden Fall cool Warte mal Ja Du musst mal bitte da weg Ja, ja Ich glaube, ich kann den da nicht setzen Kannst du den jetzt wie die Steine setzen? Warte Oder so hinter die Hinter die Steine, dass man hier so durch muss, weißt du? Ne, da wo du jetzt stehst, da kann ich den platzieren Da ist genug Platz Das Problem ist, dass du, äh, ja, musst du machen Ja, ja, ist richtig so Mach den vor die Steine So, so wird er jetzt da stehen Ich seh den nicht Ach, warte, ich muss hin wahrscheinlich noch Ah, ich musste noch sagen, wie hoch der jetzt sein soll Da wäre er Aha, da ist er Das ist cool, weil der könnte auf der anderen Seite sechs Seiten Der wär jetzt sogar außen noch hier so dran Ja, auf der anderen Seite könnten wir zum Beispiel auch so nach außen, äh, könnten wir zum Beispiel ein Kran hin tun Dann haben wir einmal für uns einen Aufzug, einmal für Gegenstände einen Kran Es gibt einen Kran? Hast du doch vorhin vorgelesen Ne, ich hab Seilrutschen vorgelesen Den Kran hab ich doch jetzt gerade, das ist quasi der Aufzug Ach so Dann würd ich hier mal mittiger machen, oder? Ja gut, kann ich auch machen, aber ich... Gott, dann mach ich den nochmal weg Also find ich jetzt ein bisschen schöner So was sagt der Rest hier Ja, aber ich kann den hier zwischen den Steinen, kann ich den nicht platzieren Der muss halt wirklich am Boden stehen Von vorne am Haus, einfach mittig Also... Ach, hier ganz vorne Hier so Also ich dachte wir kommen von der anderen Seite, aber... Ah ne, Quatsch, ich war, ich war, äh, desorientiert Ja, ja, also quasi hier mittig ziehen die beiden Dingern hier so irgendwie hin Ja Moment Dass man, wenn man von da vorne kommt, direkt episch mit diesem Aufzug hochfahren kann Mal gucken, von hier kommen wir an Alter, wir haben schon alle Baumstämme weg Ja Die hatten... 28 Baumstämme dabei, plus... 5 oder so So So... Ich glaub... Ne, oben auf dem Dach liegen noch zwei, drei Stück Ne, noch nicht Wo? So der Aufzug, ist das okay so? Ja, klar, oder? Ja Ja, ist okay Es ist zwischen Drying Rack und, äh... Ne, den könntest du sogar noch weiter nach rechts packen, oder? Kann ich auch Mach mal hier nochmal weg Da sieht das... Also die Steine sind halt hier immer das Problem, ne? Achso, ja, das kann ich nie sehen Ich kann den hier, äh, schwer dann platzieren Achso Ja gut, dann packen wir weiter nach links Warte, 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 warte Oh fuck, so Besser so Ziemlich weit vorne Jetzt steht der halt dann weiter vorne, ne? Weil der Stein kommt dann in den Weg Sieht aber auch gut aus Macht das Ganze halt nochmal gewaltiger Ja, richtig Wo ist denn das Seil? In der Mitte, jetzt Ach, in der Mitte, okay Wenn du hier drunter stehst, siehst du... Ja, das ist geil, ist hier so klein? Dann gehst du nach oben Alter, das sieht krass aus Ja, okay Machen wir? Ja, sicher Okay, dann Seile rein Ich hab keine Ich hab... Ich hab meine vier verbraucht schon Ich hab jetzt auch keine mehr Ja, ich stell grad Seile her, weil ich hab... Viel zu viele... Stoffdinger Ich hab 156 Stoff Ja, ich hab... So, dann Crying Racks Würde ich jetzt nochmal aufstellen So Ne, ist ein Waffe... Wir können den Aufzug zuerst machen, haha Naja Ja Ich hab mich nochmal eins... Daneben Sind wir da erstmal versorgt Nicht hier irgendwo... Du bist etwas matschig, du... Beziehungsweise etwas blutig Echt? Bei mir nicht Bei mir nicht An den Armen bist du bei mir Ja So, das heißt... Anders Ich glaub... Schlecht an Äh, warte Jetzt nach... Rechts von uns aus Ich weiß nicht, wie du das siehst, deswegen... Ne, weiter Sag einfach rechts oder links Ich weiß nicht, wie du steuerst Das heißt Daniel nur Jetzt hab ich... Oh, es hängt an zu regnen Stopp, stopp, stopp Das müssen wir auch... In die Fahrtrichtung und dann kannst du rechts oder links sagen Das klappt so einfach so gut auf Was ist denn da hinten der Holz her? Da lag was, frag nicht Ich weiß, wo da Holz herkommt Da hat einer gehackt und wieder nicht mitgenommen, Mann Keine Ahnung Ich hacke jetzt auch was, und zwar eine Schildkröte Das geil ist, wir haben jetzt jede Menge trinken Da kommt noch eine... noch... noch eine Schildkröte Ja, es riecht nicht, genau Dann kann ich mal einen Schlauch voll machen Der Schlauch leer Ja Der Schlauch ist leer, Mr. Schlaubeer Ist bei euch auch irgendwie... Ja, die Dinger sind weg, Olli Was ist weg? Ich kann da aber noch Holz reinlegen, aber das ist... Was ist weg? Ne, die sind bei mir noch Dann ist es gerade ein Anzeigefehler, okay Ja, es ist ein Anzeigefehler Schön Bei uns sind die Teile nicht da Du könntest noch mehr bauen, wenn die hier passt Könnte ich versuchen, ja Warte, dann setze ich hier nochmal eins hin Genau, Daniel, schnapp dir das Ding, ich bin der Umwerfer Ich bin einfach Umwerfer Du bist jetzt mal der Einsammler Ne, du bist jetzt mal der Einsammler, weil wir brauchen auch mal Baumharz Ach ja, oh ja Da oben liegt doch... Guck mal, guck mal mit mir hier lang Da liegt doch richtig viel Holz Okay, ja, kann sein Ich weiß nicht nur, wo es lag Ich hab da einfach nur... Kann da eine Dinger rein müssen Hier Hier liegt mehr als genug von Guck dir an doch nicht, hier liegt allein schon sieben Holz Oh, ja und Ja, na 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 na, ich meine im Gegensatz zu den 200, die wir brauchen, ist das nicht viel Okay, ich kann nichts mehr tragen Also, das ist voll Ja, dann fahr zurück Ja Oder ich fahr zurück, du hackst um Das ist super Ja, oder so Im Zweifel machen wir uns jetzt auch nochmal so einen zweiten Wagen Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt Jawohl, ne, warte mal Ist schon okay Doch, ich mach einen zweiten Wagen Dann kann nämlich einer immer direkt fahren und da müssen wir... Da können wir ja den zweiten direkt weitermachen Baum fällt Ich hab da wieder gefüllt Ach... Okay... Ah... Hier ist ein Kollege... Ah... Hab ich mich erschreckt... Ah... Ah... Hab ich mich erschreckt... Ah... Komm her, Brudy. Ist lustig, Mutant. Stab dich einfach in die Luft. Brudy. Brudy. Alles gut, Brudy. Brudig aus, Brudy. Brudig aus. Genau. Gut ausgeholt, Brudy. Magst du den mal mitnehmen? Ja. Warte, ich stelle dir das gerade zum Holz. Dann kannst du den mal voll machen. Ja. Hier, nimm mal den Brudy mit. Ich hab das Holz hier geworfen. Wird der gerade mal weggeflammt. Äh. Ähm. Ja, bitte. Glaube, wir könnten auch noch ein paar Holzstapeldinger hinsetzen. Aber ich seh die nicht, Olli. Kannst du noch ein paar Dinger da einfach grad platzieren? Ich hab schon, ich hab schon. Hier rechts ist da jetzt auch ein neues. Das ist auch ein schöner Name. Holzstapeldinger. Ich seh die nicht. Ja, ja, aber da ist noch ein neues. Das wird bei mir nicht angezeigt. Ja. Ich weiß, ich kann's auch nicht zu Ende bauen. Nee, das ist schon fertig. Ach so. Okay, okay. Ja, ich seh da nichts. Ich hab noch rohes Fleisch. Solltest du mal aufhängen. Äh. Ich häng das mal hier am Strand auf einmal kurz. Ja, ich kann jetzt das trinken. So, eins ist schon wieder voll. Das kannst du schon wieder mitnehmen. Jut, jut. Ach, hier ist ein Muschi Klaus. Leute, schnell aufs Boot. Weg hier. Muschi Klaus. Olli, mach dich bereit zum Fahren. Ah. Der haut alles kaputt. Vielleicht einfach weg. Vielleicht weg dann. Ich bin rausgefallen. Ja, wir fahren einfach mal zurück und fangen an zu bauen. Der darf jetzt nicht alles kaputt hauen. Wir müssen den loswerden. Können wir den loswerden? Wir können ihn töten. Aber die halten halt viel aus. Nee, schmeißt da jetzt kein TNT hin. Nein. Keine Sorge. Der war doch gerade nicht auf uns fokussiert. Jetzt läuft er dir hinterher. Ah. Ich dachte, die kann nicht schwimmen. Daniel, geht er weg. Was hast du mit dem gemacht? Ist der ertrunken? Glaube ja. Ich bin geschreckt. Der ist ertrunken. Ich glaube, der ist ertrunken. Ja. Was schade ist. Volltrottel. Was aber echt doof ist, weil der gibt Spezialrüstung und sowas. Wo häng ich denn jetzt? Ach, ich häng an so nem Ding. Ah, shit. Ja, da kann man nicht mal dran schaden. Weil mit TNT kann man den wohl sehr gut töten. Deswegen, äh, einfach auf einen fokussieren und dann TNT-Hotelinatisch mal. Theoretisch. Du, äh, wo gehst du? Du bist aber fast gleich an Land. Ich seh das nicht. Ich verrückwärts. Dann weise ich den ein, Daniel. Ja, ja, jetzt ist es wo. Ist, haben wir, sind schon beide Wagen wieder drüben? Ja. Ich hol den einen jetzt. Machste. Der ist nicht voll. Nur der eine. Der andere ist, äh, oben und wartet, dass er ihn befüllt. Ja. Daniel sagt nicht einfach ja. Das hat doch gar keinen Sinn. So, Leute, dann lass mich auch mal ein bisschen hacken. Ich brauch auch ein bisschen Baumharz. Ja, und ich werde den jetzt befüllen. Haben Sie gehört? Ja, haben Sie gehört. Was hab ich gehört? Ich hab's nicht gehört. Ich werde auch ein bisschen hacken jetzt. Achso. Da ich auch ein wenig Baumharz benötige. Und sobald ich diesen Baum hier umgefällt habe, mach mal Schluss für heute. Na, warum schon? Ja, ist schon wieder rum. Ach, jetzt, jetzt seh ich übrigens das eine Rack. Ha. Okay. Ha. Mensch. So, der ist voll. Ja. Fahren Sie. Ich glaub. Ist der voll? Der ist voll. Ja, der Olli kann ja einfach ein paar Sachen umklatschen, dann kommt Daniel gleich mitfahren oder so. Wuii. Oh, ich fahre irgendwo gegen. Wo fahre ich denn gegen? So, dann, wer hat angefangen? Wer möchte Schluss machen? Ich. Daniel. Ich. Ja, und damit fahren wir jetzt mit dem tollen Holzverwärts zum Strand. Und, ähm, sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Like das Video und, äh, lass, und schreibt uns einen netten Kommentar, ja. Und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, hoffentlich nächste Folge wieder. Bis dahin. Haut da rein. Tschüss. 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 Tschüss.